Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von TechFansTV. Ich bin's euer Fabi und heute zeige ich euch ein Unboxing und Review zu dieser iPod Touch Silikonhülle von Kolei. Die Hülle gibt es in verschiedenen Farben, ich glaube in Rot, Blau, Gelb und so etwas. Gekauft haben wir sie bei Amazon für 8 Euro, ziemlich günstiger Preis. Deswegen würde ich mal sagen, wir schauen einfach mal was die Hülle kann. Also die Verpackung ist auf jeden Fall recht schlicht gehalten, deswegen wahrscheinlich auch der günstige Preis. Ja, es wird angegeben, dass alle Aussparungen sehr gut gemacht wurden und dass alles erreicht werden kann. Wir haben die graue Variante der Hülle, unten sehen wir schon, dass alles gut ausgespart wurde. Ich würde sagen, wir stecken den iPod einfach mal rein. So, dann zeigen wir euch einfach mal, wie das hier funktioniert. Falls ihr den Loop benutzen wollt, würde ich euch empfehlen, den dran zu lassen und dann durch die kleine Aussparung da unten durchzuschieben. Dann könnt ihr den Loop benutzen. Ansonsten könnt ihr, also wenn ihr die Hülle schon drauf habt, könnt ihr nicht extra noch mal drauf machen. Ja, passend tut alles gut. Die Aussparungen wurden gut gemacht, wie auch angegeben. Hier seht ihr, dass der Loop noch benutzt werden kann. Ihr müsst natürlich ganz rausschieben. Funktioniert vielleicht nicht so gut wie ohne Hülle, aber ja, die Aussparungen unten zeige ich euch gerade mal. Der Lightning Connector wurde gut ausgeschnitten. Die Lautsprecher gehen so, aber ansonsten passt echt alles. Hier an der Seite sehen wir noch, dass alles gut ausgeschnitten wurde, also die Lauter und Leiser Button und der Home Button oben auch. Und hier ein kleines Test, dass es auch wirklich funktioniert mit Lauter und Leiser. Hier seht ihr, dass es so problemlos funktioniert und der Sweep Button funktioniert auch ohne Probleme. Ja, also das Case für 8 Euro kann man, denke ich, nicht viel falsch machen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schickt sie mir einfach in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal. Ciao!